Ich bin originally turkisch, ja, my roots are turkisch. Ich bin 1,20. Danke für die Flammeherzen und Ice Cream Cone. Danke, Raman. Machst du OF? Nein. Mittlerweile sind alle von Insta rüber nach TikTok. Ich habe das Gefühl eher von Facebook oder so. Hallo. Hey. Und hast du das gefunden? Ja, überteuerte Nudeln. Wieder dort beim Asiaten? Nee. Ach, beim Italiener? Beim Italiener diesmal. Die haben hier Besteck so, dass jeder da reingreifen kann. Das darf man nicht, aber ich habe es mir mal verkniffen, das zu sagen. Ach so, das darf man offiziell nicht. Nö. Das wusste ich auch nicht. Das darf nicht in Heidreisen gehen. Außer, das ist reingepackt. So in Plastik oder so? Ja. Okay. Das gilt auch für Strohhalme. Das macht aber eigentlich nur Sinn, aber nicht mehr Pause gleich. Was? Da fragt mich einer, ob ich in einem 18-Plus-Film mitmachen will für... 24K. Das ist wirklich ordentlich was. An der Stelle verabschiede ich mich. Ich habe jetzt eh keine Pause mehr. Also... Did you learn Turkish at school? No, it's my mother language. Meine Taille ist halt auch sehr schmal. Und deswegen wirkt es im Verhältnis auch größer. Und der Winkel und so weiter. Also... Ciao, Leute. Dieses Geklimper. Ja. Den Türken. Okay. Ciao, Leute. Nee, ganz. Nicht halb. Tschüss. Tschüss.